Herzlich Willkommen zu einem neuen Volker Minecraft wir fangen schön neu an wir machen wie jeder mensch leute wie meine das zu tun müssen aber naja soll es heute leben mal gucken wie viele tage ich überlebe bis zum vollen der Welt Rüstung ohne cheats was ich immer gelaufen gemacht habe zwingen gerustust und mich hat gerade nicht gesehen hoffentlich denke ich mal naja aber wir stellen sie ein bisschen mal schneller du wirst ihr so lange warten bis die Zeit um ist music only hier ist energy von music ich gebe mir nur kurz op ich entferne es auch wieder ich will schon mal kurz die Zeit einstellen branden rick und guck freundlich in ferns wieder oh freundlich muss doch noch mal kurz werben ich habe ja sagte mein live stream dass ich mir bett holen werde aber ich gucke ob das gehen würde ja würde noch geguckt könnte damit holen naja was scheiße oh shit so für deinen Überlebensmodus das wird ja unendlich lang ziehen aber auch nicht wundern warum es dann nicht geht dann denkt ihr hä respawn point falls ich irgendwo sterben sollte dass ich gleich die kurz habe naja also nicht kurz aber so zwischengemäßig hier koordinatenhaft freundlich gefällt lasst like und ein abo da wir werden auch einen dann einen klaren gründen hier könnt ihr euch auch bewerben wenn ihr wollt wenn ihr auch nicht wollt das soll entscheidung oder dinge oder dinge oder das ist beim jahr heute sprechen keinen sinn mehr das dann doch vorher auch vier wird so ich will man darf ja nicht also man hat darf schon bett holen ja aber es darf man muss man sich jetzt auch erfahren und das war's falls ich jetzt sterben sollte dass ich noch 100 gehen kann die item bleiben 15 minuten aber kommt darauf an wie weit weg bist mal gucken wie weit wir heute kommen freunde in dieser folge freunde was brauche ich alle wichtigsten ist das der könig ist bereit für den kampf für die naro white card werden noch nicht so viel als so viel holen wir werden noch zwei mal stein holen und das war's aber nicht so viel übertreiben gleich ja ich habe dafür kein schädel mit licht aber fordert freunde das haben wir gleich geklärt ein ein offen zwei malen open 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 yes please i pelt das vertraust nein ja ja ich frau kultes 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 herr apfelbaum kulte 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 k Okay. Ah, 24 haben wir jetzt so. Junge hat gerade alles aufgang. Ich habe gedacht, dass ich mir das jetzt aber ohne. Nee. Ach, wir haben nur eine Stunde Playtime. Also, ich... Also, ich gebe es ja nicht die Zeit jetzt ein, aber... Umso lange man nicht hier in der Service, umso lange Zeit haben wir auch. Ah, zum Glück habe ich noch eine geholt. Ich habe schon nachgedacht. Ach, na, Stefan, wie geht's dir, mein Kleiner Stefan? Ja, das war's, ja, das war's, Stefan. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Stefan, Stefan. Ach so, meine WhatsApp-Gruppe ist doch angepingt, gell? Ihr Gruppe. Ja, ist angepingt. Hab nur kurz angeguckt, Freunde. Ja, jetzt muss ich... Ich brauche auch Meldung. Ich weiß, was ich tun sollte. Möchte mit ins Bett kuscheln. Was möchtest du mit ins Bett kuscheln? Wenn ich darf, Stefan. Ja, darfst du auch. Danke, Stefan. Wie lieb von dir. Stefan, soll ich dir mal mal eine Info geben von Micha? War mir klar? Ja, darfst du... Ach so, nee, darf ich mal ab. Ich muss das... Ja, wo lebe ich denn jetzt schon wieder in Land? Träume schon. Nöööö. Oh, fertig. Ich muss dir eine Info geben, Stefan. Das sind ja keine Sorgen. Wenn ich darf. Schreib's ja. Schreib einfach. Ja, du darfst eine Info geben. Oder was? Was zockst du Schönes? Tja, sieht man doch. Was ich spiele? Steht auch oben links da. Und ich habe immer noch nicht eisen gefunden. Hilfe jetzt was. F3 und HG. Hallo. Ich spiele gerade mein Klopft, Stefan. Ich beantworte dir mal die Frage. Ach, nööö, Wasserüberflutung. Pff. Kennst du das Spiel noch nicht davon? Ah, ich wollte gerade ein Schick-Code eingeben. Ach so, der wollte, dass ich mich hier durchbuddel, oder was? Ach so. Nee, kenne ich nicht. Was muss man da machen? Man muss auf besseres Equipment kommen, also dass man bessere Sachen hat. Dass man, also hier, um Minecraft geht es ja, man, 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 wie soll ich das auch am besten erklären? Also, man muss die A-Farm, oder NaturalWrite, was auch immer. Wenn du auf meinen Kanal guckst, bei YouTube, mal rausrufzeichen, jetzt geht's, dann kommst du auf meinen Kanal, und das siehst du dann alle Folgen. Oder wenn du ausrufzeichen, Webseite eingibst, Webseite, oder Webseite, kommst du auf meine Webseite, da kannst du nachgucken, wenn ein neues Video vom Einkauf kommt. Ist das ein Arbeit... Arbeit... ja. Ja, kann man so sagen. Das Hauptprinzip ist, man hat Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. 30 Euro, wenn du bei MMOGA kaufen würdest, ja, da würdest du gerade so billiger bekommen. Nein, ich krieg das nicht mit den Backen. Oh, das hat mich nachher nicht stört. Na, ja. Kann man so sagen, wie Abenteuer. Kann man sich schön erkunden. Mhm. Okay. 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 Ähm, Stefan weiß, ob wann mein langer Leistung kommen wird. Und das heißt, jetzt alles abbauen oder wie. Was meinst du? Weißt du, ab wann mein neuer, äh, äh, mein, weißt du, ab wann man, ach man, kagelt dich mehr, mein Tag war lang. Weißt du, ab wann mein langer Stream kommt? Also 24 Stunden Stream. Okay. 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 Es ist ein Ohr, kein Eis, nee. Uaah! Wann machst du 24 Stunden? Achso, warte, du hast echt einen guten Plan erstellt. Du hast mir echt gute Idee gebracht. Ich sag dir gleich welchen Command du eingeben sollst. Command... Statt, du hast dir gespürt. Zut. 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 mach mal ausrufzeichen l a n g also lang also machst ausrufzeichen l a n g wouw o o ich bin gleich wieder da ich hole mir kurz was zu essen also bis gleich freunde das war's jetzt mit diesem video lasst einen like und ein auto gleich darauf freunde